Die kann ich doch mit reinnehmen, oder? Ähm, auf keinen Fall. Verdammte Regeln. Viel Spaß beim Film, Fräulein. Nächster. Wir haben nichts dabei, siehst du? Viel Spaß. Stehen geblieben. Trinkst sind nicht erlaubt. Du kannst draußen trinken, okay? Das ist doch lächerlich. Ah, die Ballons. Die könnten mir helfen. Nehmt einen unaufgeblasenen Ballon und sucht eure Lieblingslimo aus. Ab mit dem Deckel. Und rein damit in den Ballon. Füllt ein paar Ballons so auf. Das ist ja frech. Sind gut versteckt, oder? Oh, Herr Türsteher. Sind noch ein paar Sitze frei? Sie mögen mein Oberteil, nicht wahr? Hey, Püppchen. Na klar. Ich liebe meinen Job. Ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. Und natürlich darf der Strohhalm nicht fehlen. Tina? Äh. Was denn? Ich will es nicht mal wissen. Ich bin so hungrig. Ich war noch nie in meinem Leben so bereit, irgendwas zu essen. Uh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wirst du schon mögen, Süße. Haferschleim ist voll ekelhaft. Da gönne ich mir doch lieber einen Riegel. Geht nichts über Milchschokolade. Meine Mutter ist hinter mir, oder? So wird man kein erwachsenes Mädchen. Isst den Haferschleim, Naomi. Das kriege ich bestimmt nicht runter. Da ist einfach nur dicker Brei. Warum muss mein Leben so schrecklich sein? Es sei denn, jetzt wird geschummelt. Nehmt euch eine Topfpflanze. Und entfernt den Untertopf. Legt die Pflanze so hin. Und verwendet ein Cuttermesser, um den Boden zwei zu teilen. Schneidet jetzt den Boden eines Popcorn-Eimers aus. Verwendet die Kleberpistole, damit die Pflanze stabil bleibt. Zurück zum Topf. Schüttet ein paar Süßigkeiten rein. Und verdeckt sie mit der Pflanze. Fehlt nur noch die Blumenerde. Sieht unauffällig aus. Wenn Mutti nicht guckt, könnte euch was abgreifen. Beeil dich lieber. Was Mutti nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie kommt. Mh, so lecker. Siehst du, Mama, ich esse brav meinen Haferschleim. Das freut mich, Süße. Guten Appetit. Sie ist naiv, als ich dachte. Und noch einen Hubs vom Schokoriegel. So stelle ich mir ein gelungenes Frühstück vor. Jeder weiß, ein Kinofilm ohne Snacks ist den Film nicht wert. Duft nur, dass du die vor Ort kaufen musst. Man kriegt einfach keine Snacks von zu Hause in den Saal reingeschmuggelt. Das ist die bittere Realität. Aber Gesetz ist nun mal ein Gesetz, oder? Oder Regeln. Ein Ticket. Oder eher zwei. Ach, guckt euch diesen süßen Babybauch an. Oh mein Gott. Hab ich ja gar nicht gesehen. Bitte treten Sie ein. Ha, das war einfach. Na nur, bloß gut, dass der Ticketbursche nicht wusste, dass das Kind nur eine große Kugel Süßigkeiten war. Ha, perfekt. Mission Kinosnacks erfüllt. Hey, Kev, willst du die Filmflaute mit einem Schokoriegel übertünchen? Äh, klar. Danke, Lilly. Oh, du bist die Beste. Ja, als ob ich das nicht wüsste. Vanille oder Schokolade? Ha, Vanille. Ja, worauf wartest du, Kevin? Mach sie schon auf. Oh ja, das riecht so lecker. Und jetzt rein da. Äh, wo ist denn mein Löffel hin? Na ja, oder Löffel keinen Joghurt. Vielleicht kann ich ihn einfach in meinen Mund kippen. Oder den guten alten Löffelfinger nehmen. Hey, Kev, was machst du denn gerade? Hast du einen für mich übrig gelassen? Ach, danke. Ich hatte schon den ganzen Tag Appetit. Äh, gibt's keinen Löffel? Ach was, kein Problem. Komm her damit. Hey, sieht so aus, als hätte Lilly schon öfter ihren Löffel vergessen. Die hat auch nie was anderes gemacht, als sowas zu falten. Alter, wo hast du das gelernt, Lilly? Ich dachte, mein Finger wäre die einzige Lösung. Soll ich dir zeigen, wie man einen Löffel aus dem Deckel macht? Du musst einfach den runden Deckel in ein Dreieck falten. Jetzt falte noch die untere Seite nach oben. Knete noch ein bisschen rum, damit du einen guten Halt hast. Und die obere Seite dient als Löffel. Voila. Jetzt musst du nie wieder deine Finger ablutschen. Wow, das verändert mein Leben. Okay, ich muss dir was erzählen. Cool, hier sind saubere Schüsseln. Oh, ja, das war der Rest. Ah, jemand wird das schon aufessen, oder? Hab ich was verpasst? Was riecht denn hier so gut? Geil, bin gleich wieder da. Ach, genau das, was ich gesucht habe. Ist da noch mehr drin? Mensch, wer lässt eine leere Schachtel stehen? Das ist typisch Kevin. Ich nehme einfach eine neue. Aber ich werde sie ihm heimzahlen. Das sollte Kevins Zahnräder ratern lassen. Stelle eine Konflexpackung auf den Kopf und falte den Boden so herunter. Dann legst du ein Schneidband drauf. Und kannst das Ganze wieder auf die richtige Seite drehen. Wer auch immer sie nimmt, wird eine unangenehme Überraschung erleben. Okay, ich bin fertig hier. Na, hast du noch genug Hornflakes, Kevin? Ja, Zeit für Nachschub. Ich bin mir sicher, Bella, gib mir was ab. Ach, nee, das glaube ich eher nicht. Hol dir selber was. Oh, das wird episch. Ah, eine neue Schachtel. Wow. Oh Mann, das ist ein Wasser voll aus Cornflakes. Was zum Teufel stimmt hier denn nicht? Wer immer diese Schachtel gemacht hat, sollte gefeiert werden. Bella? Ach, ich wünschte, ich hätte es gesehen. Oh, endlich. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Wer ist das denn? Oh, Gabi, ich muss dir so viel erzählen. Ach. Oh Mann, was machen denn die Eier hier? Wann das Bellas? Ich lege einfach neue raus. Aha. Oh, das waren die letzten. Bella wird mich umbringen. Vielleicht will sie ja das. Ah ja, hey. Pfirsiche? Das ist viel besser als Eier. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Für diesen Streich brauchst du einfachen Joghurt. Streiche ihn dünn aus. Dann nimm einen halben Pfirsich. Und leg ihn in die Mitte. Na, wonach sieht das aus? Oh, hey, Bella. Ja, guten Appetit. Ich muss jetzt los. Oh, lauf, Kevin. Was stimmt denn nicht mit diesem Ei? Hm, das ist aber gar nicht so schlecht. Ich bin ganz alleine, oder? Es ist schon die Zeit. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Schau, wie viele hier drin sind. Hallo, schokoladige Garmenfreude. Ja, das ist der Stoff. Oh, Ellie. Du weißt es doch besser. Du hast noch nicht einmal deine Hausaufgaben gemacht. Kannst du es nicht einmal durchgehen lassen? Du glaubst doch nicht, dass du das aufessen darfst, oder? Jetzt fang mit dem Arbeitsblatt an. Wer hat ihn zum König ernannt? Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden, stimmt's? Aber was, wenn er hört, wie ich sie öffne? Ja, meine Bleistiftdose. Nimm zuerst die Stifte raus. Stecke den Behälter in den Becher. Ziehe die Folie ab. Und stecke die Stifte zurück. Das ist perfekt. Du kannst sie hinter den Stiften nicht sehen. Jetzt kann ich nach Herzenslust dippen. Oh, er kommt. Kommst du zu Recht da drin? Natürlich Papier. Oh, ich liebe Mathe. Das höre ich gerne. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Tschüss. Das macht dich. Musik Musik